hallo und herzlich willkommen zu folge nummer 79 von company of heroes 2 im multiplayer ja blöde sache hier sind schon zwei direkt rausgegangen zum start weg also ist aus dem 4v4 quasi ein 3v3 geworden ja dabei ist noch zappo und crunchy nutter auch der andere ist hier raus und einer von den gegnern halt ebenso so jetzt hoffen wir mal noch dass das spiel jetzt endlich mal zum start kommt irgendwie die letzten zwei spiele sind schon nichts geworden so langsam könnte das aber mal wir bauen lieber gleich mal direkt und zwar ein mg uns da auch ein bisschen gegen stemmen können ja gucken wir mal ja jetzt wird das alles ein bisschen länger dauern was hat er ja der eine macht nix klasse ist nochmal aufgewacht toll nur um einmal irgendwie zwei meter zu gehen und der eine ist am dauer lecken ja hoffen wir mal dass das noch ein vernünftiges spiel wird ja der ist ja ein dauer lecken enthalten uns jetzt erstmal noch mal wenn das jetzt aber noch mal kommt dann sieht das nicht mehr so nett aus was wir tun äh halt halt wir wollen auch gleich das mg holen so und als nächstes haben wir uns dann so einen trupp ja ich denke das ist eine ganz gute wahl erst mg dann das hopp 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 gibt gas wo holen wir uns gleich noch einen mörser na ne nicht zu viel indirekten kram was heißt zu viel das wäre ja quasi das erste aber trotzdem lieber nicht so da ist auch unser mg so danach geht es direkt weiter 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 so da sind auch unsere rekruten gleich da so und jetzt nochmal überlegen ich glaube weiterscalen ist hier die sache vielleicht also hier so aus dem busch heraus so da ist eigentlich mal ganz gut so weiter nach vorne hobby 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 da scheint nichts zu sein gut rücken wir nach sieg zum siegpunkt durch vor weiter wie auch immer und holen uns mal einen mörser die sind auch noch am marschieren dann kommt ihr gleich mal da durch okay sieht ja bis jetzt ganz ruhig aus alles hier eigentlich schon fast zu ruhig eigentlich schon zu ruhig pioniere bestätigen eroberungsbefehl okay da oben könnten sie einen mg gebrauchen und auch einen mörser dann werden wir den auch einfach mal bekommen interessant interessant dann marschiert mal einfach weiter gucken wir mal wie weit wir nach vorne kommen wo ist jetzt das mg das hat aber ein bisserl gedauert wir sind auf dem weg macht sie kaputt wie haben sie denn auf so einer distanz eine granate geworfen bekommen wird ein bisschen verwirrt hätte eigentlich ja nicht sein dürfen ja gut dann verzeihet euch mal so pioniere ja weil ihr auf die schießt ihr tappen oh da kommt ein mörser dann fahren wir einfach mal hier hin so schießt 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 und abhauen das reicht so jetzt kommen sie von da okay da müssen wir natürlich auch gleich gucken soja wohl nicht hier jungs soja wohl nicht hier so gucken wir mal wir sollten nicht zu sehr in die freie fläche laufen egal das wird schon passen hoffentlich jetzt aber zügig 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 ja sieht gut aus genau schönes ding da hinten ist irgendwo ein mörser-trupp da so jungs dann baut uns mal das da kalt habt ihr schon was erspäht wo habt ihr da immer noch sind ich weiß es nicht wir gehen jetzt auch das nicht ein das risiko ist ja interessant wie wenig die bis jetzt hier frei haben aufgedeckt haben das ist das strange machen recht wenig so holen wir uns jetzt erstmal und wir haben jetzt so einen einzigen druck nur das lohnt sich nicht so ist irgendwo ein mörser wieder oder immer noch da hinten genau da die schweine die dommenschweine okay wir hauen ab die haben sich hier schon ordentlich eingebunkert gut dann gibt es jetzt mal eine kadjushka gibt es mal ein bisschen sperrfeuer da so dann werden wir jetzt mal den hier nehmen mit dem artillerie typen joa die sind dabei aufzubauen dann können wir eigentlich gleich auch noch was bauen so nachrüsten alle nachrüsten 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 joa das sieht schon mal gut aus ist das eigentlich die KI ach das ist die KI dann ist es natürlich kein Wunder dass das hier nicht so prall ist so jetzt wollen wir mal schauen da werden wir jetzt gleich richtig schön fett drüber ballern so da was schießt denn da sollen wir etwas sprengen ah okay teamkollege so schieß mal tschu 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 ich liebe es tschu 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 oh schade man sieht es nicht einschlagen bam 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 das ist doch schon ganz nett so jetzt macht man henne wir greifen bei sich kontakt da ist ja gar nicht dort liegt unser ziel okay nur denn na dennne und halten wir da mal rauf so und dann hier nochmal die sollten mal ganz schnell weg ganz schnell und vor allen Dingen muss jetzt die Kautjuska mal ganz schnell weg das ist ja nicht so fein weg, 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 weg gib Gas, gib Gas, gib Gas puh scheint abgedreht zu haben ne, hat er nicht hat er nicht der dumme Brecksack Jungs, ballert den mal weg scheiße puh shit hat er ihn echt noch erwischt der Brecksack der dumme Brecksack ey alles klar dann holen wir jetzt noch einen das soll jetzt noch nicht das Thema sein tja jetzt kriegt ihr jetzt kriegt ihr los nervt das ist das jetzt für einer schon wieder Komposter naja so checken wir nochmal hier Unterstützung rüber hoch ne so rum so der ist jetzt auch da gucken wir mal kommen wir dann erstmal nach vorne da aha hier sammelt er schon Panzer der sammelt sogar schon Panzerrohr die sind auch da alles gut alles gut soweit jetzt ist er da aber auch schon zu gange die Nervensäge so wie sieht's aus aha interessant oh 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 das waren jetzt die falschen die wir zurückgezogen haben aus Versehen naja Schicksal so Mama Henne da weg mit denen weg mit denen weg mit denen weg mit denen ey so haben wir ja jetzt nicht gewettet hier so dann bauen wir uns nochmal für die normalen Penzerchen was so da ist auch nichts mehr soweit gut gut so die machen das da soweit ganz gut könnt ihr mal sprinten was bringt der da um da ist ein AT okay ja die scheint doch wirklich nicht gesehen zu haben so geht mal da eben hin da müsstest du ja gleich eigentlich genau so und dann geben wir ihnen nochmal hier ein bisschen Sperrfeuer macht's dir doch mal kalt Mann gibt's doch nicht und ballern die sehen die die noch okay interessant also richtig ne Chance haben die Gegner jetzt ja nicht irgendwie so kann dann auch mal wieder verschwinden ja der Jagdpanzer bringt natürlich jetzt ne ganze Menge so was ist mit euch auch noch vorne ihr könnt das reinnehmen jo sieht doch alles soweit super aus so richtig beklagen kann man sich nicht so was ist denn da unten alles weg was ist denn da los was ist denn da los was wie wo wenn auf runter nach Trinne wo sind die eigentlich da hinten ja mit so ein paar T34 lässt sich echt ne Menge anstellen was habt ihr denn da aufgedeckt oh 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 uiuiui uiuiui ey ihr schweine verdammt haben sie sie erwischt die schweine ne ja kriegt er nicht mehr repariert schade 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 wow was liegt da schweres Mg wir sind schon unterwegs Ja, sieht trotzdem soweit ganz jut aus. Boah, was können wir uns eigentlich soweit schenken? Dann komm mal ran hier. So, lässt sich doch nochmal ordentlich was abfeiern. So. Die sind da. Gibt es jetzt mal ein bisschen Schwerfeuer? Ach, die sind auch schon hinten gar nicht mitbekommen. So. Baller, baller, baller. Das schaut doch soweit ganz nett aus. So. So, können wir jetzt die Reste auch noch platt machen. Au, au, au. So, ab nach vorne. Weiter Terror machen. Wir haben reichlich Munition genossen. Nutzen Sie. Da, die nehmen jetzt das. Tja. Na, stopp. Süß. Upshooter? Ja. Na, den. Gut. Nein. Naja. Ist sie trotzdem tot. Joa. Was können wir denn jetzt hier noch befeuern? Moment, gibt es nicht wirklich viel. Ob man mich schießen kann. Und wenn wir ihn halt jetzt alles wegnehmen. So. Wir haben ein bisschen Schwerfeuer. Na? Oh. Oh. Jetzt kommen sie aber dann doch noch mal von der Brighton Front. Dann kommt er auch noch mal weg. Ja. Das ist ja alles nicht so, dass... Oh, was ist denn da hinten? Moment mal. Momentchen mal. Da ziehen wir doch gleich mal einmal durch. Schauen wir mal, was da hinten so geht. Aber das ist ja nicht nett hier. Ja. Was sind die denn alle? Alle noch so verteilt? So. Ach, guck mal da. Soja wohl nicht hier. Soja wohl nicht. Immer ruft da, immer ruft da. Ist auch schon wieder fertig. Halten wir mal einfach mal hier rauf. Und ein Panzer. Ein Stück. Nett. Nett, nett, nett. Tja, jetzt könnten wir ein richtig dickes Sturmfeuer machen, aber lohnt im Moment gar nicht. Ach, guck mal an. Ah, lieber zurück. Wo gibt's denn ordentlich was zum Bollern? Nirgends im Moment. Sind auch schon so gut wie down, die Jungs. Also hier werden die... Oh, hier ist so. Werden die wohl nicht mehr raushauen. So. Dann mal ran da. Das ist nochmal eine richtige Gegenoffensive hier. Immer mal richtig aufs Maul hauen. Bam, bam, bam. Oh, was ist denn hier? Okay. Drehen wir nochmal glatt. Schnappen wir uns die doch glatt nochmal. So geht das ja nicht hier. So geht das ja nicht hier. Ja, da kommt ich wieder mal wieder. So, jetzt gibt's nochmal richtig aufs Maul. Ey. So, dann kommt mal ran hier. Und das würde auch nochmal rein da. Ja, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Wir sind auch gleich da. Da werden wir unterstützend eingreifen. Zack, zack, zack. Mach keine. So. Wo sind unsere Panzer? Die sind da. So war. Dann mal rein da. Nee, nicht blockieren. Fahr mal einfach weg da. Ja, jetzt blockieren wir uns hier. Zum Bisschen. Oh, wir haben eine PSU auszusehen gebaut. Not. Naja. Auch nicht das Schlechteste. Wie sind die denn eigentlich? Wir sind hier zugange. Okay. Die sind da. So, aufs Maul, sag ich da nur. Ordentlich aufs Maul. Bam, bam, bam. Scheiß auf die Punkte. Das interessiert uns jetzt gar nicht mehr. Wir werden jetzt hier richtig Terror machen. So. Ja, das ist natürlich auch nett. Dadurch, dass sie jetzt die Punkte alle eingenommen haben, können wir jetzt nochmal richtig reinrocken. Einfach alles wegknallen. So, können wir noch irgendwas reparieren? Ah, so ein bisschen. So ein bisschen was. Er kann wegs. So. Da brauchen wir nochmal Sperrfeuer. Jo, das sieht doch sehr gut aus, was wir hier treiben. Äh, halt. Die da. Macht sie weg. Die sind auch noch fleißig am Ballern. Ah, Katjushka ist am Schießen. Bam, bam, bam. Super, super, super. Oh, was hat er dann da entdeckt? Ein paar Injis. Naja. Ist auch ziemlich Wurst. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Das sieht doch alles sehr gut aus. Der wird noch repariert. Jetzt gibt's nochmal einen Sturmowickangriff. Oh, wir müssen weg. Ja, das sieht doch alles... Nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ah. Ach, okay. Das ging ja noch. Das ging ja noch. Tja, ich würd mal sagen, die sind komplett weg. Freundin. Dafür sind sie da. Jetzt kommt der Flamer. Huch, falscher Knopf. So. Tja. Ich würde mir sagen, die sind so gut wie weg. Oh, da findet da auch immer noch was. So interessant. Jetzt komm mal nach vorne hier. Da hinten können wir den nicht gebrauchen. Das ist doch richtig schön böse, was wir hier machen. Ich kann ruhig nochmal ein Stückchen ran. Bam, bam, bam. Tja. Da sind sie so gut wie down. Da sind sie down. Da haben wir sogar noch die Base zerstört. Ja, gucken wir mal, wer überhaupt noch über war. Ich glaube, da sind nämlich noch ein oder zwei raus. Aber so ist das, so ist das. Ich mein, hm. Können wir ja nix für. So, dann schauen wir mal. Na? Was sagen die? Pünktchen. Oha. Oha. Das ist sogar im Endeffekt nur noch eine Eins-Dicker gespielt. Aber das ist ja doof. Naja. Trotzdem, da können wir ja auch nix für. Aber so gut haben wir uns auch gar nicht geschlagen, sehe ich gerade. Naja. Naja. Ja, auch eine blöde Karte irgendwie gewesen. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist die Hauptsache. Ja, Leute. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß gehabt. Und schaut dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn's heißt. Company of Heroes 2 Multiplayer. Auf bald.